Wir geben Deckung! Was geht hier vor? Ach, das war Sheridan. Ach so! Stimmt, wir sind hier auf Alcatraz, der berühmten Gefängnisinsel bei San Francisco. Nur eben im Jahre 2100 noch irgendwas. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ja gut, der macht hier den Weg zu, dann mach ich ihn wieder auf. Ist ja kein Problem! Woah! Woah! Wer schießt? Ah! Da, er schießt! Sheridan! Der Feigling! Bleib stehen! Oh! Schöner Schuss ins Glas. Gibt's hier noch irgendwas Neues? Nee. Juhu! Die Funksprüche über... Jett! Er steigt in den Transporter! Halten Sie ihn auf! Überlabere ich jetzt einfach mal. Bis auf die von Lawrence. Ich glaube, dass er Lawrence hieß immer noch. Ich weiß es immer noch nicht mehr genau. Ja okay, dann müssen wir ihn aufhalten auf seiner Flucht. Okay! Hötet sie! Hötet sie! Bleib stehen! Ah, verdammter Mist! Der haut ab! Verdammt, der ist entkommen! Entsende Abfahrnjäger! Verfolge seine Position zum Festland! Folgen Sie der Markierung auf dem Torpedowerfer. Dort habe ich auch einen SD4-Torpedowerfer platziert. Okay! Nicht schlecht! Was? Ein Dreieck zum Sprinten oder was? Ah ja! Ah, ich sehe ja! Okay! Wenn man also Dreieck gedrückt hat, dann gibt's hier einen kleinen Sprint. Arkt viel schneller wird aber dadurch nicht, finde ich. Die Kamera ändert sich ein bisschen, aber gut. Ah ja! Wie dem auch sei, wir müssen jetzt diesen Raketenwerfer finden. Der hier irgendwo rumflacken soll. Okay, okay! Ich wurde gerade noch beschossen. Ah, da vorne. Das sind aber gute. Glaube ich. Hier unten, das schießt da hin. Ah ja, ich sehe dich. Schön, Rücken! Jawohl! Da ist noch einer laut Radar, laut Radar. Muss hier noch einer sein. Versteck dich nicht! Ich werde dich sowieso finden! Oh! Oh! Okay, okay! Der ist weg! So! Mein Ziel ist da vorne. Agent, ich habe die Landeplattform auf ihrem Display markiert und ein Transportflugzeug geschickt, das sie einsammelt. Sehr schön, danke! Hallo! Wie geht's so? Wollt ihr euch mal ein bisschen was erzählen? Anscheinend nicht, ne? Oh, oh, oh! Was geht ab? Oh, 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 oh! Angriff der Transportflug, sagst du! DSP-4 feuert einen Torpedo ab, der sich unterirdisch fort bewegt, wie sein Ziel getroffen oder der Fernseher aktiviert wird. Ah, okay! Alles klar! Bam! Alles klar, ich schieße die Rakete in den Boden quasi, ich schaue da vorne. Die Rakete fliegt, wir sehen sie, ich warte bis sie da oben ist und dann drücke ich den Zünder! Jawohl! So läuft das! Lauf weg! Du kannst nicht weglaufen, das ist eine geile Waffe! Wenig Munition! Äh, dann gehe ich mal kurz zur Kiste! So! Oha, jetzt bricht ja aber gerade die Hölle los, hey! Was passiert hier? Ganz fast Flugzeug in Position! Los, los, los! Ja, ja! Mann, diese Hektik immer! Diese Hektik! Wo ist denn jetzt der Feind hier? Da ist er doch! Jawohl! Da kommt noch mehr! Jawohl! So, wo ist das Flugzeug? Da oben ist das Ding! Toll, wie soll ich denn da unversehrt oben ankommen, hey! Oh, jetzt mal eine Rakete hier! Komm, 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 komm! Bam! Der lebt noch! Fuck it! Mei, das ist ja vogelwild, wie es hier abgeht! Alles ein bisschen durcheinander hier! Ich hau drauf! So, Raketenwerfer ist gut jetzt! Ich geh mal wieder zur konventionellen Waffe! Über! So! Yo, oh Gott, wieviel kommen denn noch? Ja, ja! Scheiße! Ich bin, glaube ich, eine Bredouille! Schön kaputt gehauen! Jetzt hört mal auf zu schießen, Mensch! Oh, oh! Hinter mir! Wo ist der? Da hinten! Na! Versteck dich doch nicht! Hol den schönen Fausthieb ab! So, wo muss ich jetzt hin? Da hoch! Äh, verformen! Verformung hier! So! Ah! Ah, shit! Okay, passt! Verstanden, Saber 6-3! Wohin gehen wir? Erledigen wir sie alle! Unglaublich! Wir waren mal die gleiche Offizie! Da haben Sie was angerichtet, Brody! Ich freue mich auf Sie zu sehen, Tschüss! Was soll ein leichter Widerstand sein? Ein Hoch auf die brillante Aufklärung im Hauptquartier! Ruhe alle beiden! Allianzstreitkräfte rücken ein, um die gesamte Stadt abzuregeln, bevor sich die Rebellion ausbreitet! Brücken und Tunnel werden gesprengt! Ihr Ziel ist die Golden Gate Bridge! Körner, wäre es unpassend jetzt um eine Versetzung zu bitten? Überhaupt nicht, Tyler! Wir treffen uns in Ford Point und füllen in Papierkameras! Verstanden! Was ist da oben? Los, Tschüss! Ein paar Turbulenzen, Brody! Ich würde mich anschalten, das würde eher schlimmer als Wettbewerb! Nr. 6-3 unterwegs nach 1-5-3. Raucherfreie Flugbahnen. Stehen unter Beschussen? Ist jemand da draußen? Oh! Der letzte Schuss hat die Elektronik erwischt! Alle mal irgendwo festhalten! Wir schützen ab! Brody! Bitte melden! Ich hab's wohl als einziger geschafft! Wir werden hier draußen fertig gemacht, Körner! Schalten Sie diese Flugabwehrkanonen aus, damit wir reinkommen und das beenden können! Okay, hier geht's heftig zur Sache! Juhu! Boah, endlich mal ein bisschen Ruhe, wie ich höre! Oder das war's auch schon mit der Ruhe! Pazifika-Raptoren! Raptoren sind schwer gepanzert und können nur mit enormer Feuerkraft besiegt werden! So! Ein neuer Gegnertypus wartet auf uns! Neue Panzerung! Oh, oh, oh! Okay! Was ist noch denn? Jetzt werfen die Penner schon wieder mit Granaten, hey! Boah, was ist das denn für ein sattes Schussgeräusch! Geil! Finden Sie einen Weg in diese Bunker und neutralisieren Sie diese Luftabwehrkanonen! Ja, ja, stress mich mal nicht! Ich bin grad etwas verwirrt! Ich will die Waffe mit dem geilen Schussgeräusch haben! Will ich haben! So'n Scheiß! Jetzt bin ich eingekesselt! Die werfen eben Granaten die ganze Zeit mit dieser krassen, äh, Wumme, hey! Was ist das nur? Jetzt laufe ich mal ein Granitchen zurück hier und hoffe, dass das Früchte trägt! Naja, sieht nicht so danach aus! Hochzehnt sich einer Gewaltstelle der Bruchkappen! Gleich kann man sich rausklafen! Meine Fresse! Mein Gott! Jetzt schlägt mir das ganze Gestrüpp hier ins Gesicht! Wahnsinn! Oh fuck, oh fuck! Ich bin dem Tode nah! Ich bin dem Tode nah! Ich kann schon das Licht am Ende des Tunnels sehen! Oh Gott! Schnell die Deckung hier! Dann geben wir uns eben jetzt hier in Granaten-Battle! Ist mir auch recht! Auf geht's! Werfen, werfen, werfen! Jawohl! Den habe ich erwischt! Den habe ich erwischt! Dann kralle ich mir jetzt mal direkt die Waffe! Diese geile fette Wumme! Mit diesem satten Schussgeräusch! Oh, geil! Geil! Ich glaube doch ja! Das wird meine Lieblingswaffe! Jetzt höre ich mal auf zu schießen! Ah ja, komm! Jawohl! Okay! Hier geht es aber hoch! Oh, da wird hier geschossen! Die Geschütze! Die muss ich auslöschen! Weil die hier unseren Flugzeugen Schaden zufügen! So, jetzt die Frage wohin! Darunter oder wuss? Abwärts oder aufwärts? Ich glaube doch eher aufwärts! Ah ja! Äh, nein! Wo muss ich denn hin? Man weise mir den Weg! Ja! Höher komme ich leider nicht! Hm! Oder muss ich doch runter? Muss ich mir doch einen kleinen Tunnel graben? Ich schieße einfach mal alles jetzt so weit runter, wie es geht! Ah, shit! Jetzt versagt die Waffe auch noch! Ich muss mit etwas Geduld schießen und sie sich wieder aufladen lassen! Aber irgendwie komme ich mir gerade verarscht vor vom Radar! Weil es sagt mir, es soll in die Richtung! Aber hier geht es ja nicht weiter! Oder muss ich auf das Teil hier drauf schießen? Nein! Hm! Okay! Ah doch, schau! Da ist ein Tunnel! Sehr schön! Wer schreit hier Achtung? Doch, doch! Hier geht es weiter! Oh ja, ich sehe! Ich sehe... Interlaced Field! Okay, okay! Kreisdrücken zum Schlagen! Jaja! Das habe ich schon festgestellt! Feind! Oh fuck! Bleib stehen! Oh shit! Wer schießt denn da? Ich drücke auch die ganze Zeit den falschen Knopf! Ich schubs ihn ja nur weg! Ohhhh! Komm, komm, es hat doch Treffer! Oh man! Jesus Maria! Im Himmel! Ich treffe aber auch nichts! Die Steuerung ist doch etwas träg und hakelig, muss ich gerade mal feststellen! Den habe ich! Da oben ist noch einer! Shit! Jo! 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 Der ist hinüber! Äh, nein, die Waffe gefällt mir! Ich spalte die! Ich hoffe, ich bekomme regelmäßig Munition dafür! Oh, was ist hier? Kann ich hier was usen? Nein! Hier kann ich nichts usen! Okay, okay! Dann gehe ich mal hier die Treppe hoch! Mal schauen, was mich da oben erwartet! Äh... Oh! Hallo! Servus! Oh, schnell weg hier! Äh... Komm, komm, komm! Jawohl! Und da legt er sich hin! Oh, fuck you! Wo kommen die her? Oh, shit! Na, na, na! Komm, komm, komm! Fresst das, Jungs! Ich schenke es euch als Gemeinschaftsgeschenk! Komm her! Oh, shit, jawohl! Na, das läuft doch! Ist doch geschmeidig! Ich krieg zwar einige Schüsse ab, aber diese Selbstheilung ist doch sehr nützlich hier! Und vor allem auch notwendig in dem Spiel! Oh, fuck! Oh, shit! Wo kommst du denn her? Bam! Oh, fuck! Nein, komm, 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 komm! Jawohl! Und ich bin wieder mal als Sieger aus diesem Kampf herausgegangen! Wie so oft! Möchte ich mal so erwähnen! Also es ist schon nicht so einfach hier alles, aber es liegt doch schon ziemlich stark an der Steuerung! Was steht hier? Alcatraz! FT! Alcatraz! Okay! Passt ja alles! Oh, was geht da vorne ab? Da ist irgendwas Heftiges am... Was ist das denn? Wurzeln hier? Ach, das ist der Schutzschild! Ah! Oh! Wahnsinn! Was eine fette, fette Wumme! Kranke Scheiße! Wie krieg ich das kaputt? Wie krieg ich das Platz? Das Schutzschild ist schon weg! Ich lauf mal hin! Uh! Passiert mir nichts! Nein! Es passiert nichts! Okay, okay! Drauf halten! Einfach drauf halten! Ah! Ne! Da geht nichts! Da geht nichts! Muss ich hier... Granätchen... Oh ja! Oh ja! Ach so! Ah, ich verstehe! Guter Arbeitsarzt! Noch eine weitere Kanone aber schnell! Ich habe den Boden... Ich habe das Geschütz quasi hochgehoben... Und es somit in das eigene Schutzschild reingedrückt! Da kommen schon wieder neue Gegner! Wahnsinn! Brauchen wir die Kisten hier kaputt! Uiuiui! Bäm, Alter! Da hat es die Kisten zerspratzt! Und die Gegner mit! Und wo geht's hier? Oh! Da vorne ist... Duckt sich hier, dieser Feigling! Komm her! Und stell dich deinem... Oh! Feind! Shit, shit! Oh Mann! Ich stehe aber auch immer ungünstig hier! Wahnsinn! Okay, okay! Jawohl! Oh! Komm! Ich habe dich doch getroffen im Kopf, Mann! Auf geht's! Geh einfach sterben! Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Hooray. Mal kurz durchatmen hier. Mal umschauen, okay. Da vorne soll ich anscheinend hin. Ah, da ist noch schon. Ist das der gleiche, oder? Wieder ein neuer. Komm, lurk hervor. Komm, komm. Wut, wut, da ist er. Komm. Boah, ich liebe die, es war von dir Geräusche. Wutz, wutz. Komm, komm, komm. Wut, da ist er. Und da habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn nachgeladen. Ich weiß nicht genau, ist er noch da? Ah, scheiß drauf. So. Die oberen Seite des Bunkers ist schwer beschädigt. Von da oben müssen sie reinkommen. Der gute Lawrence weist uns den Weg. Doch ich will mich erst mal hier umschauen. Ist nichts? Okay. Alles klar. Dann. Oh, da schießt schon wieder einer. Wo kommt ihr alle her? Sagt mir, wo euer Nest ist. Oh, fuck it, Granate. Nein. Oh, Gras gehabt. Gras gehabt, vor allem. Gras gehabt, nein. Hui, hui, hui. Komm. Ja, ui. Der ist down. Der nächste folgt zugleich. Komm schon. Sie haben die Brücke angehoben und den Weg blockiert. Auf den Stachel schießen, um sie zu senken. Hier ist eine Granate geworfen worden, die... Stachel können durch Beschuss zerstört werden. Zerstören Sie ihn. Ja, ja, ja. Aber jetzt warte kurz. Ich gehe mal kurz hier hoch, um mich umzuschauen. Gut, 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 gut. Tappt, ist das eine Springerei hier? Wahnsinn. Alles zertrümmert und kaputt hier. Okay. Ich möchte nicht zu denen gehören, die hier aufräumen müssen. Ich soll das Ding hier ja kaputt schießen, ne? Anscheinend wurde mir gerade durchgesagt, dass ich das kaputt schießen kann hier. Oh, jawohl. Sehr schön. Na bitte. Oh, und da verschwindet es in nichts. Komm, 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 komm. Ich treffe wirklich wenig bis... ...gar nichts. Das geht mir ein bisschen auf die Eier. Komm, komm, komm. Komm, dann schieß er da unten gegen den Boden, hey. Oh. Penner. Die ziehen mir ja einen Haufen Energie ab. Das bringt auch nichts Tolles. So, so. Komm, bam. Jawohl. Auf geht's. Ui. Ja. Jetzt geh halt meine Fresse. Schon wieder einer. Neuer. Der Neue. Hallo, ich bin der Neue. Und gleich bist du der Letzte. Komm jetzt. Auf. Jawohl. Jesus Maria. Das ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Rennen wir mal hin hier. Sö.